Hey, zu Melvin passt eigentlich der Adventskuchen-Gingster, der angekokelte, den es mal gab. Der Controller kann nichts dafür, dass du so scheiße spielst. Boah, Darko, was ist heute mit dir los? Was hast du? Öfters verloren oder warum so alles lief? Melvin, Handy aus, sonst kriegst du wieder hinterher, hier, Minecraft-Pornos, das muss jetzt keiner mitkriegen. Ach ja, Eik, willst du uns nicht in Aufnahmedinge runtermogen? Nö. Das passt jetzt aber früh bisher. Vor allem Aufnahme schon an. Ich weiß. Deshalb frage ich ja. Gut, wenn Luca reinkommt, ist es Eik schuld. Ich seh auch gerade Goni, weil alles online ist, weil ich OBS-Dop vorhoffen hab. Ich kann dir sagen, weil alles online ist. Nee, brauchst du jetzt nicht sagen. Luca nennt sich nerven. Melvin, na, du gegen mich? Wo bist du, du Arsch? Ich will schon, dass Luca jede dieser Folgen schaut. Ja. Ich seh jetzt schon die Eskalation gegen... Ach na. Ja. Das sind ja alle gehaft. Nee, Melvin kann ja zur Not rausmogen. Na, Melvin, was los hier, Alter? Ja, guck mal. Friss mal, friss mal die Kugel, du Hunden. Für meine Fans. Guck dir das an. Ja, guck. Ja, guck. Ja, ich guck mir das an. Boah, die hat nen Schlafanzug angehabt. Das sei ja sexy alles. Ähm, wir springen. Warte mal, Eik, wo gibt's denn Slurpee denn, äh, Dingens? Kann ich dir zeigen. Und zwar genau... Also, ihr geht wieder Slurpee, dann probier ich wieder mal ein Glück mit der Scheune. Genau da, wo ich's markiert hab. Jo. Und dann geh ich Slurpee und öffne den Baum direkt. Äh, Baum? Hab ich Baum gemacht? Ich meine, äh, Dingensgang. Ja. Hört man das eigentlich, wenn ich hier nebenbei Kaffee trinke? Hoffentlich nicht. Ich hab nichts gehört. Gut. Der ist nämlich noch heiß. Wie die Saga. Oder was? Äh, Melvin, die Sicht geht sogar noch. Doch, wir hatten letztes Mal eine Runde, wo du gar nichts mehr gesehen hast. Ja, was ist das? Ich sehe nichts mehr. Okay, ich jetzt auch nicht mehr. Das ist bei Slurpee und bei mir fliegen welche mit runter, die Arschsteigen. Ja. Bei Eiks markiert Baum. Hab ich schon. Direkt bei meiner Markierung ist der Baum. Oh, okay. Gott, man kann ja wirklich nichts erkennen. Melvin, musst du Brille putzen? Ja. Du musst die Brille putzen, ist auch geil. Hm. Stopp. Nichts Schwerter. Das ist so. Okay, ich sag nix, ich hab auch welche. Haha. Oh cool, schnarrt so ganz Gebäude. Oh Gott. Wow. Aber eigentlich nur, wenn das Gebäude offen ist, Melvin. Was? Einer. Einer ist down. Und tot. Gut. Okay, jetzt gehts sogar. Dann tut es bei mir irgendwo in der Nähe. Dann töte ihn. Ich hab nochmal Lichtschwerter. Ja. Warum muss ich Holzer bauen? Wieso? Wieso? Ich lass die Kiste mal zu, dass man die hört. Ja, aber da hört sie auch der Gegner. Oder ist bei euch nur einer. So, Zweiter genockt. Nein, Dritter. Da ist ja noch ein Dritter. Ja, ich hab aber jetzt ne. Ähm, Benni, ich hab ne. Ja. Soll ich dir die Piste mitnehmen? Was denn für einer? Oh, Geschenk. Okay, nehm ich dir mit. Kann ich das bitte öffnen? Zu spät. Zu spät. War nicht. Wenn nicht, kann sie dem nicht. Jupp. Genockt. Da ist noch einer. Melvin, komm mal. Ich bin grad aufm Weg. Zumindest auch schon. Scheiße! Warte, ich komm rein. Ja, okay. Ja, auf Ende. Alter. Muss ich mich dann erstmal gleich hielen. Warte mal, wo waren die Lichtschwerter? Ähm, wieder da oben, wo sie das andere Mal waren bei mir. Also vorhin. Geil. Das hab ich mir auch nicht. Hab ich mir heute noch nicht geholt. Irgendwo beim Bürohub geboren, wo er mir zeigen wollte. Oder Ikea-Beute. Das ist garantiert bei allen Mundschwerter im Bürogebäude. Das ist auf nem Klo. Ja, beim Klo, beim Bürogebäude. Hier oben sind auch noch mal welche. Beim Scheißen so Lichtschwerter finden. Und ich. Und was hast du heute Nacht? Ich bin Scheißen und hab vorher Lichtschwerter gefunden. Ja, ganz ehrlich. Was würde das Militär echt dafür geben, wenn jemand wirklich Lichtschwerter findet? Oh ja. Äh, gar nichts. Weil du trotzdem noch angreifbar bist. Ja, klar. Aber trotzdem. So Lichtschwerter sind schon praktisch. Ja, natürlich. Ich hätte ja auch gerne ihn zum Real Life. Aber so richtiges. Ja, mit denen du dir auch selbst die Beine abschneiden kannst. Äh, so wie ich mich kenne, würde das sogar passieren. Deswegen sage ich. Haben probiert so Tricks aus und schneidet sich aus. Wir sehen die Beine aus. Vielleicht kann ich das Glaserschwert... Melvin, klar, für dich. Melvin, klar. Melvin, Melvin, Melvin. Was? Wenn hier ist ne blaue Pistole, falls du jetzt willst. Hey, Dugat, ich hab ne blaue Pistole. Okay. Vielleicht kann ich das Glaserschwert ja in der Luft fangen. Ich muss noch eine Vorwärtskiste eröffnen. Noch eine. Schwupp, Kopf ab. Bitte, bitte, bitte. Ja, sie zählt. Sie zählt. Ah, du 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 du. Sollst dich ja vielleicht... Äh, Leute? Ja? Ah ne, wir sind ja in der Zone. Ich wollt grad sagen, wir sind doch... Du 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 du. Zum Glück ist der See hier nicht eingefroren. Na, das wär ja schlimm. Na, vielleicht gibts den ja, äh... Racko! Bleib mal stehen! Schrittschur. Nicht... Nichts weggehen, du kriegst kein Schaden. Weeee! Die Dinger fetzen, aber kann man sich übelnd schnell fortbewegen. Was macht ihr da? Ich habe Shotgranaten gefunden. Zeig her, zeig her, ich will eine haben. Ich habe schon beide verballert. Mann, oh. Ach, die Shotgranaten. Oh, Leute, die gibt's wieder. 15 Uhr aber nur. Leider, aber es ist 15 Uhr. Oh, die sind voll cool. Damit konnte man früher immer Leute von deren Geburden schubsen. Hat jemand eine Sniper? Nein, ich habe nur ein goldenes Sturmgewehr. Das war's. Ich habe eine, aber die würde ich gerne selbst haben. Season 5, das waren doch Zeiten. Ja, gut, um was wir. Es ist nicht nur eine Grüne, die sind nicht nur die Zentralmeer. Wir haben noch gar keine gefunden, bis auf deinem Sniper. Das ist gar nicht. Die gab's doch Season 10, oder? Nee, Season 9 gab's die Shotgranaten. Kann gut sein, ich kann mich ja leider nicht. Damit haben wir uns doch immer fortbewegt, wenn wir auch mal Solo gespielt hatten. Kann gut möglich sein. Bin mir grad nicht sicher. Season 10. Ah. 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 Ah, ich schaust du mal, ob da wieder eine Station zum Aufrüsten ist. Die ist, die ist hier auf jeden Fall. Ja, wir haben eine gerade hier. Ich hab sie markiert. Ja, ich bin bei Ike. Schau mal, wo wir sind. Ja, okay. Alles. Was ist das? Ich bin Wasser weg. Gut, die nehme ich mit. Die ist blaue. Oh. Wie viel Metall sammeln. Dann sammle mal. Ich hab grad hier ein ganzes Gebäude aufgebaut. Ah, Bauhals ab. Kann... Ja, Benni ist noch eine grüne Fütter. Ja, hier ist einer. Ja, warte kurz. Fuck off. Hat jemand Mevis? Mevis, ne. Hey, hier kommt noch was Flurpee! Ja, was hast du gemacht? Wo steht der Flurpee-Bus, ne? Nein. Holz und Metall. Hier Darko, äh... Bau von oben ab, weil wenn du von unten abbaust, stürzt das Haus ein und du hast kaum noch Ressourcen. Ja, ich bau grad aber auch nur gezielte Sachen ab. Ne, weil... Andere brauchen auch noch Sachen! Oh ja. Ja, schließt mich ab. Ich brauch halt Holz! Äh, hier stehen Bäume überall. Darko, äh, kannst du nochmal die Sniper markieren? Ja. Jetzt markier sie doch! Darko, ich kann das besser! Probier du das mal vom anderen Ende der Halle. Jetzt aber. So? Du brauchst einfach so markieren und fertig. Du musst ja nicht direkt die Sniper markieren. Einfach sagen, hier in deinem Haus, markierst du das Haus im Kopf. Ich bin nicht so und lass... Ich bin nicht so und lass... Ja genau. Daneben hab ich ja markiert. Oh, das reicht! Oh, das reicht! Jetzt kann ich mir die nächste lilaner Waffe machen. Guck, die Stützpunkte sind aber weg, oder? Nein! Ich kann mir meine Flinte damit blau machen. Zu dem was ich hab, das reicht dann. Nein, ich hab dann lilanes, äh, lilaner MP. Und goldene Sturmgewehr, also ich bin glücklich. So. Oh, fuck off, Zona! Ja warte, wo ist das Leiter gewesen? Äh, im Gebäude oben. Ich hab sie! Ja! Leiter! Ja! Leute! Ike, rein da! Warte kurz! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich will fahren! Ja, ich fahr! Danke! Ich fahr dieses besoffene Ding doch nicht! Äh, hey! Mellen, schieß dich ab! Nein! Mellen, du sollst dich abschießen! Du hast noch genug? Na los! Ich will das! Vielleicht im Wasser! Vielleicht im Fahr! Vielleicht im Wasser! Soll ich ins Wasser? Ja! Äh... Mellen, kannst du heilen? Ich kann heilen. Aber jeden halt nur einmal! Ja und dann nochmal! Ja und dann nochmal! Nee, stopp! Passt auf! Passt auf! Da sind welche! Da haben sie wohl und hier vorne... Deswegen solltest du uns jetzt heilen! Von hinten! Oh Mann! Hä? Hä? Du... Wenn wir... Melvin... Ne stopp! Wenn wir alle auf einem Haufen sind, kann der Melvin uns alle gleichzeitig heilen! Dann los! Dann los! Alle auf einen Haufen! Ja, aber... Gegner! Baut sich hier hoch aufs Haus! Fuck! Fuck! Eieieiei... Nichts gut! Nanna! Tarkov! Ich sag doch mit... Sobald Melvin hier ist, bringt das nur Pech! Tarkov! Was hast du gegen Will? Mann! So ein gutes Team! Ja, aber Melvin, wir spielen eine Runde! Die erste Runde! Oh... Ohne dich! Und eh fischen! Jetzt! Fünfter! Das ist doch keine Platzierung für uns! Sogar mich doch nichts!